Also ich bedanke mich bei Brandt recht herzlich für diesen wunderschönen Vokal, den wir dieses Jahr bekommen haben für Never Walk Alone, größter Verein am Stadt. Wir haben ja schon jedes Jahr beim Metropol Marathon was gemacht, ob 100 Kilometer Biel laufen, dann auch Marathon, ob Spenden sammeln für Menschen mit Down-Syndrom. Dieses Jahr haben wir die Städtefarben als Motorcup für den Hobbylauf. Wir haben rot-schwarz für die Nürnberger, grün-weiß für die Förder am Start gehabt. Ich denke, es waren nicht wenige Leute am Stadt, oder? Also es waren nicht wenige Leute am Stadt Bernhard, es waren über 700 Läufer. Die Aktion gilt als und galt und gilt immer noch als sehr, sehr gelungen. Wir sind sehr zufrieden auf der Seite der Stadtburt, dass wir so viele Menschen aus Nürnberg ausführen und aus der restlichen Umgebung über die Übungen setzen konnten. Vielen Dank. Gerne geschehen. Bis zum nächsten Jahr. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.